nicht zu sehr ein genau aber nicht werden denk dran leute also wo gehe ich jetzt mit silvaro hin du gehst nach oben nach oben ok ok ich gehe mit letzte runter das noch mir geht also dann mit und geht mit hybrid und geht mit hybrid silvaro nach oben 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 molly ist bisa floh und lecho ist kodutsu genau geht nach unten okay gut dann sag ich werde ihnen wir müssen versuchen wenn ich tatsächlich dreier spielen irgendwie ein bisschen was dienen kann und ansonsten hat defensiv spielen so lange bis floh kommt wobei warum weil molly in die frontline geht und habe dahinter und ich bin ja ich ziehe er die gegner mit einem server weg hin oder aber ist egal noch mehr so dass sie war und könnte sind ja sehr ähnlich oder wie wir silvaro ist noch wesentlich mehr range aber ich weiß nicht ob sie warum kann 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 bauts gut stilen ja stilen weiß ich jetzt nicht so später als silvaro auf jeden fall aber was machen wir wenn was machen wir wenn die 113 spielen bleiben wird 22 ich würde sagen wir versuchen es zu bleiben und wenn es nicht geht dann stellen wir um ich würde halt wirklich eher sehen dass wir zu zweit oben bleiben und darunter geht ja ja weil ich kann gegen sara als schick ihn nicht halten ist funktioniert das ein paar mal schon probiert hat den schwanz und knudel vertrank aha die anderen wie jack button kann euch nicht weggelaufen schwanz in den chat auf geht's ok schön kohlen wir oben an ja ich weiß nicht soll ich erst bekommen oder du mach erst mal du ich glaube mich auch weil sonst ich bin beide sehr gut ja wir haben selber auf jeden fall hier oben sind drei hast du es bekommen schon schnell und so aus erledigen so schnell wir können ihm richtig druck machen jetzt ja die gehen nicht direkt weiter zu uns das war ein fehler von denen eigentlich das ausnutzen können können ok ok wir haben unsere monstern ist ja ok ich habe leider keinen moment und oben vielleicht gehen sie drauf direkt die wollen direkt was machen ok ich bin da jetzt ja die kracht macht sind gerade die er hat alles bekommen aber jetzt glauben sie hat er ist das untere der wird erst unten kommen denkt an die bienen gleich das fett auf die bienen eben gleich alle ja ich habe meine monaten damit sie vielleicht was anderes angreifen ja ich sehe ich sehen ob die bienen die bienen die länder und dann da oben ich habe bisschen was bekommen ja dann müssen wir die wenn sie leistet um ja 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 ich gehe weg wieder ja ok wäre 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 ist das auch doch oben ist da der haut ja wieder ich was warten muss die wieder rasierblatt haben kriege ich die chance dafür ein mann brauche ich noch dann habe ich ja die sind noch nicht so akku glaube ich jetzt wollen sie spielen hast du auf jeden fall unten willst du in den jungen gehen das noch nie in den mit jungen aber du musst dich entwickeln habe es bekommen nice sehr gut halt ich muss ein bär nehmen ich muss noch das untere jungen und erholen ein höhere wird das doch gut dann würde ich das ja schon bin perfekt wenn ich sehen nämlich nichts passiert wie es erwartet habe kommt zurück ok ich bin jetzt unten wieder ich schieb den rüber ich sehe die grad nicht da sind sie ok habe ich und bin entwickelte sehr gut ich möchte mich haben gut oh gott molly braucht hilfe dann da oben da oben oder schon lieber so jetzt haben wir druck hier oben und damit musste der jungler abhauen bienen bienen ich habe leider kein boof pass auf lohn ist fast tot was tut so auf was tot von uns schafft nicht ich kann weg ich kann weg wo unsere auto habe ich hier oben die grabe holen nur die gräber ich wollte mir nur noch ein paar punkte mit den kranken aber ja 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 bitte du musst runter ja in dem modien und bin auf dem weg aufpassen wir müssen irgendwie dieses kino auskriegen zuerst nach oben oder haben so oben ist fast tot naja die gehen wieder hatte hasen nervig wenn der seine und bekommt das schwierig ja meinte ich soll nochmal dann gehen wenn du dann deine holt bekommst ja ja naja jetzt kommt lieber nur nach schade ich habe ich habe schon ganz schön defensiv ja der dings hängt bei uns im gras genau man lasst mich doch weg boah ich habe meine holt ich habe meine sieben sind das level versucht euch möglichst möglichst hoch zu wollen ja ich brauche noch ein mond dann bin ich entwickelt ist für unten noch das hat er und das ist noch mal drauf genau ihn sind da sehr perfekt jetzt habe ich razor lief und eine wesentlich höhere range ich versuche jetzt rauszuziehen ich bin sehr defensiv ich habe hier schnell sehr geil müssen wir nicht weitermachen oder sonst jetzt müssen wir den struck machen aber nicht zu sehr ja zumindest halt nicht in die base rein den druck hallo was gerade noch nicht weil weiter zurück werden zurück ja da kommt die idee kommt die holt hier sogar ein bisschen weg können wir dürfen ich würde gerne gerne gehen sonst bin ich keine level genau lasst uns besuchen habe ich mir schätzen wieder weil mich gut aus dem tor ausgezogen mit dem sondern aber es traut sich hier gerade sehr wenig was ja aber lieber level nicht dann geh wieder weg so habe knuddel fast tot hätte ich nachsetzen können weiter aber dann wäre ich vielleicht nicht mehr rausgekommen oben doch nicht bekommen nur an gedammt ich gehe wieder hier wird sich nichts geschenkt und ich fange noch nicht an schön vorsichtig versuchen zu holen nee das schaffst du nicht gegen sarah näher ne der wird jetzt ja der greift an auf jeden fall der ist schon dann lieber server angreifen aber ich habe jetzt erstmal nur gerade bekommen in dem moment ich wollte dir ein problem ich bin alle nach und nach europa stark stark ich habe jetzt auch und theoretisch wenn die nur irgendwie sollten dann das jetzt druck machen okay ich muss rein dann lass jetzt machen schön abgeholt habe es noch nie ist super die müssen noch mal den angriff gehen ich wollte mich okay so sehr schön schließen einfach würde ich sagen kommt ein bisschen zurück wieder diese urges dann plus lieber los so eklig ist eine gute kommt sehr schönes nomine supers nomine einfach die ganze zeit defensiv halten bis zur wende aber daran denken hat er hat er schon geholtert ja froh willst du dann wieder johnnen gehen hat mich schon geholtert wenn ihr wenn ihr halten könnt ja ja denke ich denke wir müssen nutzen wenn wir hier nur teamfights machen und lieberloh nicht levelt dass du levelst ja ja sehe ich ist immer noch da ja lieberloh ist immer noch hier rechtzeitig wir müssen einfach nur wirklich den plan verfolgen das floh ordentlich level wieder insel wieder da noch zweieinhalb minuten bis dann ja bis dann das ja wir sind nur diesen kompletter scheiße ich komme wahrscheinlich nicht mehr raus ich bin gestern dann gehe ich direkt zu zappen ja ja wir wollten knurde los und lieberloh unten bei die flow fast tot aber ja aber da war das worum ist die flow mit stil aus naja und wir haben noch mitgenommen da okay ich habe noch level 12 ja sehr schön und ein keine holt keine holt keine holt kann ich kann die beiden killen hier sehr 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 ich hab gemisst viel kriegt abgebrochen töten wir ich habe die mails die liegen vor eine willigen vorne wir müssen zappt das verteidigen jeden fall wir haben alle keine gold gemacht ich gehe oben zum tor hin also das ist sonst zu früh für die das link vor allem so viele punkte das wird um wir werden gewacht das untere tor so ein bisschen mit mit am besten visa floh oder wegen der geschwindigkeit ein bisschen auge drauf okay die fangen wir sagen ja sie fangen an die gehen alle drauf schwächtigen gebüsch aus drei radon knolle fasst das jetzt angreifen ja das angreifen stark 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 nach unten molly du läufst einmal weiter ja ich habe ihn abgefangen wunderbar ich gehe hoch abgesagt in der mitte aber wird wahrscheinlich nicht rausgekommen ja ja aber versuchen wir müssen auf jeden fall noch steffen dann ich bin down das noch nie vergisst deine jungen zu holen punkte ich komme jetzt hoch das naja bin schon ich muss aber einmal noch zu bett bequoten das sind sie noch urgel schnell mit wenn wir die oberste vorderen tor oder der vorderen auf jeden fall das überlebt habe okay ja 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 und durch alle gegner gerannt und molly runter gibt ich kann runter ja ja und ich warte und helfe ja 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 okay und er kommt oben okay dann gehe ich oben helfen wenn er sehr wohl gedacht ich bin schön schaffen die nicht mal eben stark stark machte das super plan leute wie geil ist nomi genial getränkt da oben ja super super noch keine ahnung was du gemacht hast aber es war gut am ende ja war das gut okay also john hat um druck gemacht während die vier checker auch die da oben einfach gechillt hat und serra nichts machen konnte und so Vielen Dank.